Endlich ist er fertig, unseren ersten Adventure-Room im U-Event-Center auftragen. Wir haben keine Kosten und Mühe gescheit, einen sensationellen Adventure-Room für euch auf beide Stellen. Wir haben das Motto Kino 1926 für euch ausgewählt. Adventure-Rooms haben in letzter Zeit einen riesen Hype auf der ganzen Welt ausgelöst. Aber Moment mal, wisst ihr, was ein Adventure-Room ist? Für alle, die es nicht wissen, zeigen wir hier gerne einen Film von unseren Partnern aus Griechenland. DER DER DICHT DER DICHT DER DICHT DER DICHT Bis zum nächsten Mal. Und, hat euch Spiele-Fieber jetzt auch gepackt? Unser Adventure-Room ist für Leute von 9 bis 99. Aber keine Angst, hier drin hat es keine Horror-Elemente, noch braucht ihr ein spezielles Vorwissen. Einfach mit kleinen Geschick und Team-Geist werden auch dir den Weg innerhalb von 60 Minuten herausfinden. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.